Das größte Turnier in der Oktagon-Geschichte im Frankfurter Fußballstadion. Tickets erhältlich unter octagon-tickets.de Co-Main-Event von Oktagon 60 startet jetzt. Niklas direkt mit der Präsenz, drückt direkt, schon ein Jab gelandet. Aber im Stand dürfte es höchstwahrscheinlich am ausgeglichensten sein zwischen diesen beiden. Stolze vielleicht mit den Vorteilen auf der langen Distanz, eben dieses klassische Kickboxen. Kohut wahrscheinlich mit Vorteilen im Clinch mit den Knie- und Ellbogen. Ein schöner Carve-Kick hier von Stolze. Wird hier sehr konzentriert. Beide Kämpfer schon über 20 Profi-MMA-Kämpfe bestritten. Das heißt, genug Erfahrung auf beiden Seiten. Und kommt hier immer wieder schön durch mit dem linken Jab. Harte Hände hier von Co-Main, die nicht sauber treffen, aber trotzdem gefährlich sind. Schöner Block hier gerade eben von Stolze. Und kommt hier immer wieder schön mit dem rechten Frontkick. Da haben wir gerade hier diese typische Strict-Land-Deckung gesehen. Hier The Philly Shell. Hände vor dem Körper, verschränkt die Schulter hoch. Also auch da scheint er sich ein bisschen was abgeschaut zu haben. Ja, Kohut geht immer wieder auf den Körper. Oh, aber schöner Treffer. Und schönes Knie! Oh, da ist der Kampf vorbei! Niklas Stolze mit dem eingesprungenen Knie und dem Ground-and-Pound hinterher. Was für ein Finish von Niklas Stolze. Er fordert hier direkt den Titelkampf. Und das war auf jeden Fall eine Performance. Hat den perfekten Zeitpunkt abgewartet und ist hier mit dem Knie reingesprungen. Und hat dann mit den Händen gefinished. Ladies and Gentlemen, after two minutes and four seconds, the winner by KO, coming from the red corner, Niklas Green Mask Stolze. Das größte Turnier in der Oktagon-Geschichte im Frankfurter Fußballstadion. Tickets erhältlich unter octagon-tickets.de